Maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this and go to sleep. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Jazz ist definitiv die Musik für klassische Adulte. Es ist eigentlich eine Bedeutung von Western und African Musik, die über 100 Jahre alt war. Siehst du, ich weiß meine Sachen. Das ist, weil ich ein klassischer Adul. Es ist ziemlich nippig lately, nicht wahr? Ich habe einen all-seasonal-Look, also ich versuche nicht zu gehen im Winter. Well, ich kann nicht mehr Geld anbieten. So hopefully this tropical music will warm me up. Das ist, was ich gehört, wenn ich das, wenn ich ein klassischer Adulte anbieten habe, ist das, was ich? Ich bin froh, ja. Aber ich habe das, was ich nicht zu lernen. Ich weiß nicht, aber ich bin ein, wenn ich jetzt nicht weiß, wenn ich das, was ich weiß. Ich weiß auch manchmal, was ich ehrlich gesagt habe. Okinawa-ungakwa do-re-mi-fa-so-ra-si-do-no-re-to-la-o-nu-ku-no-ga-tokchou-na-no. 試しにフリー演奏のピアノ演奏でドレミファソラシドのレとラを抜いて弾いてみて どう?沖縄っぽいでしょ? もうWiiにつなげてセッションしてみた? 音もいいしすごい迫力でしょ? ま、テレビによるんだけどさ まだの人は友達誘ってぜひ試してみてよ え?もしかしてWii持ってないの? アラブの大富豪のパーティーに行きたいわ そうそうカクテルパーティー効果って知ってる? ザワザワしてても興味のある会話なんかは聞き取ることができるんだって 私もお金の話ならどこでも聞き取れるわよ でもご視聴してみるそうだね 本当に悩むけど 僕は変身のある可能性があるけど 私も聞くと言うか なにかの人には 私の時間はどうですか? Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Ich habe so viel Willen zu machen. Erstens, Geld zu Gogo. Dann, die schönen Ereignisse. Und dann auch, die Verkaufelung nicht vergessen. Ah, ja, und ohne zu vergessen, die Ereignisse. Untertitelung des ZDF, 2020 So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr eine Jam-Session spielt, könnt ihr auch den Gesangspart übernehmen. Wählt einfach den Melodie-Part aus und dann, ob ihr singen wollt oder nicht. Wenn ihr Singen-Üben im Singen-Menü wählt, könnt ihr eure Gesangskünste verfeinern. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Willkommen zurück zur Midnight Hour, wieder mit DJ Barbara Mikrofon. Ist es nicht schnucklig, wie treuergebene Zuhörer willenlos meinen Worten lauschen? Wir halten uns gar nicht lange auf. Los geht's mit unserem ersten Song. Sagt mal, habt ihr euch echt die ganzen Download-Hits angehört? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich möchte eine Magie-Lampe-Lampe-Lampe-Lampe-Lampe-Lampe-Lampe-Lampe-Lampe-Lampe. Oh, ich denke, es ist so vieles. Und ich denke, es ist so vieles. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Sunday ist almost over. I'm sure many of you out there are dreading the new week. You can cry on my shoulder again this time next week. Meanwhile, listen to this, and dream of the beach. 作曲機能で自慢の一曲ができたら Nintendo Wi-Fi Connectionで番組まで応募してちょうだい. 作曲コーナーの投稿で私に届くわ. この番組はあんたたちの頑張りで成り立ってるわけよ. Nice to see you back. It's time for the download top 10. We've got some rocking songs lined up for today. Let's start with today's top 10 downloads. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. アリババと40人の盗賊のお話の中で 洞窟の扉を開ける呪文が ひらけごまなんだけど なんでごまなのか知ってる? 扉が開く様が ごまの種が飛び出すのに似てるからなんだって. It's time for all the kids to go to bed. If you've got no worries, you've got no excuse for not being able to sleep. Here, listen to this. It'll send you right to sleep. Ever hear the phrase June Bride? There is a superstition that getting married in June means you'll have a happy marriage. Personally, I think it's a bad sign if you have to rely on a superstition. I kind of expected something to happen during the millennium. So I spent all my money in 1999. Imagine my embarrassment when the world didn't end. Ach, ich hätte gerne eine Wunderlampe, die mir einen Wunsch erfüllt. So wie diesem Aladin. Obwohl ein Wunsch reicht bestimmt nicht. Als erstes würde ich mir natürlich Geld wünschen. Ein paar neue Klamotten könnte ich auch gebrauchen. Ach ja, ein Urlaub in der Südsee, ein Leben lang pizza-frei Haus. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Na ja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Na ja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. I wish I had a magic lamp like Aladdin, so I could have a wish granted. But one wish just isn't enough. I mean, of course I wish for money first. But I also don't like how my ears look. And I wish I had somewhere to go on holiday. And I... 今欲しいものは、 アラジンの魔法のランプね。 願い事を一つだけ叶えてくれるの。 でも一つじゃ足りないわ。 まずお金でしょ? それから美貌に。 でもって痩せたいし。 それから... Nintendo Wi-Fi Connectionって知ってる? 簡単、安心、無料でゲームが楽しめるWiiと Nintendo DSのインターネットサービスのことよ。 Wi-Fiにつなげれば、もっとバンバラが楽しくなるわよ。 Don't you think it's easier to hear distant sounds at night? Apparently it's because the earth's surface is colder. Don't ask me how that makes it easier to hear things. I was finally discovered by a talent agent yesterday. But they wanted me to be in a horror film. They said I didn't even need make-up. How rude! It's finally summer. Time to hit the beach. By the way, Did you know sound travels faster through water than through air? That doesn't speed up the beat of the music, though. This is Barbara, Working overtime again on the Download Top Ten. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's Top Ten Downloads. Are you still up? You must have a lot of free time. Or maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this, And go to sleep. Hello, Grime City. It's that time again. Time for the Download Top Ten. I'm Barbara. And here are today's Top Ten Downloads. No need for applause. Just send money. Wisst ihr, was Piano bedeutet? Das ist Italienisch für leise. Die volle Bezeichnung ist Clavicembalo col Piano e Forte. Angeblich. Ich bleib lieber bei Piano. Jazz is definitely the music for classy adults. It's originally a blend of western and african music that originated about a hundred years ago. See? I know my stuff. That's because I'm a classy adult. You know? Life houseって和製英語なんだって. Chirashとかポスターとかで使いまくってたわ. Eh? Club with live musicっていうのが正しいの? Sona no 聞いたことないわよ. Ojalá ich eine Magistische Lampere, wie die von Aladino, für ein Deseo. Aber nur ein wenig ist, weil klar, ich würde viel Geld geben, aber ich mag nicht die Größe, und ich würde auch ein sehr großartig sein. Das heißt, dass das 8 Beat ist 16 Beat ist, ist das nicht so wichtig. Heute ist es deinem Geburtstag. Du bist deinem Geburtstag, wie du bist. Du bist du bist, wie du bist. Du hast du nicht gesagt, wie du bist. Du bist du bist, wie du bist. Du bist du bist, wie du bist, wie du bist. Don't you think it's easier to hear distant sounds at night? Apparently it's because the earth's surface is colder. Don't ask me how that makes it easier to hear things. The word piano means a gentle sound. The original name was... Clavicembalo. Cold piano. A40. Yeah, I'll stick with piano. Salve, Habitanti di Hostilia. Benvenuti al primo show di note al top della vostra Barbara. Sempre informati sull'ultime nuità con la Nintendo Wi-Fi Connection. Ed ecco la classifica dei dieci brani più scaricati. Neulich hat ein Stadtmagazin doch wirklich zu meiner Sendung angemerkt, ich hätte einen angestaubten Musiker...